Norddeutscher Rundfunk 2021 Also auch schon da Der Tisch, Jens, der Boutique lebt Das hat geklappt, das ist der Beweis Ja Du bist allein gekommen Der Kollege hat sich nicht mehr für Sachen zu verkaufen Ja, den hat die Installation Das nur, wenn wir noch nicht mehr für ihre Plätze haben Richtig? Boah, das wäre ja nicht mehr für die Hocker Ja, okay Schon viel Verkauf, so wie kann man Lief tun Das ist eigentlich witziger gesehen Über wie weit das Spektrum wir verkaufen Das ist wirklich alles von kleinen Betriebe Bis Privatleute Deirsurveillance Es sind da lauter verschiedener, das ist ganz interessant Das lohnen Sie, dass es dabei die Privatleute Gibt für die neue Herdergänge Das kläft schon über Reventure Wie kommt da dafür? Das ist auch spannend, aber Es wird schwer, wenn sie inzwischen Hohlmengen produzieren Das wird ja auch neue Produkte Ja, da sind wir ganz, ganz froh Darüber, wo man den Leinhardt als Reventure kriegt Die kennt vielleicht die verkaufenden Äppeln Heutz Lützeburg Die sind am Oshow, am Concorde An der Großgasse Asch Zum Leitling Das ist schon So eine fantastische Reventure Zu holen Also von der Zoll Hier muss ich immer Einen gewissen Zoll verkaufen Wie ist das denn? Der Break-Even Der Break-Even Der Golden Break-Even Null vor Null geht auf Oder? Der Treffnummer geht auf Null Sind das doch schon oder? Wir holen mal 100 Kameraden dabei Okay Also die 100, die wir brauchen Und da muss man auch Abonnementen dabei verkaufen Also wir sind schon an dem dran Was wir viel gesehen haben Und auf alle Fälle Wir haben auch schon gesehen Dass es eben funktioniert Auch über die Distanz Von gibt es so Luft Lähne haben wir so Zoll der Zibisante Regie Hilf mal, wie weit ist das? 50 Meter Dass das eben geklappt Aber während dem Cast Und während der ganzen Success-Story Der Go-Fund-2 Der Installationstester gemacht Einmal hat das ganz gut funktioniert Und eigentlich ja nicht gerade so gut So wie kam Nummer 2 Könnten Timo an der Klänge noch Nutz beim Schlafen überwachen Dafür stehen hier ältere Lina Petz Lohmol für eine eine kleine Herausforderung Oh oh, die Voice ist nicht connected Ich bin ja auch angestockt Noch eine halbe Stunde gefummelt Mit blanchen Nerven an einem Restart vom Router Wird Servicam schlussendlich ersetzt berät Einfach nicht Also Wie gesagt Man hat das schon ein paar Probleme Das ist schwer verliegen Auch noch vom Preis Wird das Kuppel nicht immer zählst Ich habe noch nicht genommen schon Ja Das ist so Für die Kamera ist das noch okay Allerdings Für den Preis Ich meine Für den Preis Wird schon eine Treppe nach oben Um zu gucken Da kommt alles okay Ja Ja Die zwei werden aber verloren Und die werden zählst vom Preis Ja Ich muss ich auch sagen Auf der Tolle hat man so fünf Minuten umlaufen Und Aber Natürlich auch viele Leute Ehen versteht mich wie den anderen Weil ich auch wirklich keine technische Erfahrung Und Wird das doch noch schief gehen bei der Kuppel mit der Kanne Ja Also Wir wissen bis heute noch immer nicht ganz genau Wir wissen auf jeden Fall Das ist zum Schluss Und Das ist wahrscheinlich die einfachen Installationsprozedur Die man hat Die nicht gefolgt ging Und da werden sie mal hoch Als ein Neues Neues Manual Der noch Ander Packaging Und Da geht es wirklich einwandfrei Das haben wir ja auch bei ihnen gesehen Das System ist gegangen Ja Ja An dem Fall sollten sie selber Restart vom Router Gucken Ob sie an der Regie noch wirklich sind Sind sie noch Sind sie noch da Ja Top konzentrier So gesagt Ah ja Wala Winken sie noch nicht hin Wir kommen gleich nachher rum Für noch kurz Heute Mit uns Schauen wir mal auf die Fahne Und wie Frutti Ja Das ist ein iPad Da muss man mal mit Apple sprechen Wir kommen gleich nachher rum Das ist ein Studio für Deutsch Aber Das ist eine Töchter Regie An unserem Studio aus Mariette Am News Studio Pratt Für die Newsflash Das sind Das sind Betriebslöser Löstere Shopper Sie lebt noch So wie Klappt Sie in der Regie Sie noch da Wie viel Verkäufe An einem Jahr 100.000 Nein Aber Ich meine Die Fahne Die man selber sollte Und die man Wo wir drüberkommen Die hätte man gerne An einem Jahr Auch Erster halb Letztenburg Ups Lassen Dinge gefallen Dann haben wir auch Bonne Chance Hier ist auf RMW Danke 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 Planet RTL Was brought to you by P&T Luxembourg Danke 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 Danke